Dieses Video besteht jetzt aus zwei Teilen. Wir schauen uns im ersten Teil an, wie genau ein Multi-Hoster-Download funktioniert. Wir schauen uns auch an, welche Probleme dabei für den Multi-Hoster auftreten können und wie er sich dagegen wehren kann. Im zweiten Teil des Videos schauen wir uns die richtigen Einstellungen im Chat-Downloader an, sodass auch du von diesem Prinzip profitieren kannst. Los geht's nach dem Intro. Schauen wir uns als erstes einmal an, wie ich mit One-Click-Hoster normalerweise Dateien runterlade. Ich bekomme einen Link von einem One-Click-Hoster, füge den in mein Download-Programm ein und starte das Downloaden. Das kann jetzt im Premium- oder im Free-Modus sein. Im Premium-Modus habe ich normal die volle Geschwindigkeit zur Verfügung, im Free-Modus ist die in der Regel gedrosselt. Wenn man nun also mehrere Gigabytes herunterladen möchte, dann würde das im Free-Modus ziemlich lange dauern und man müsste auch die ganze Zeit Captures eingeben. Das Ganze würde also nicht automatisch funktionieren. Um das produktiv jetzt also nutzen zu können, müsste man schon irgendwie ein Premium-Account haben. Das Problem aktuell ist aber, dass es ja nicht nur einen One-Click-Hoster gibt, sondern eben mehrere und ich müsste mir jetzt mehrere Premium-Accounts kaufen. Eine Lösung für dieses Problem bieten eben Multi-Hoster, die eben verschiedene One-Click-Hoster-Accounts bündeln in einen Account. Wie funktioniert das Prinzip? Naja, der Multi-Hoster hat eben verschiedene Premium-Accounts und fungiert als Proxy, also als Mittelmann zwischen mir und dem Hoster. Das heißt, Premium-TO zum Beispiel, nehmen wir jetzt als Beispiel, geht einfach her, hat einen Account bei einem beliebigen Multi-Hoster, das seht ihr dann auf der Website von Premium-TO, welche unterstützt werden, und lädt von da mit voller Geschwindigkeit die Datei herunter. Diese Datei wird dann direkt an euch weitergegeben. Für euch sieht es dann im Chat-Downloader oder in einem anderen Download-Manager so aus, als hättet ihr bei diesem Hoster eben entsprechend einen Premium-Account. Das kann natürlich nicht im Sinne des ursprünglichen Hosters sein und dieser wird natürlich versuchen, das Ganze zu unterbinden. Und damit wären wir bei den Gegenmaßnahmen. Welche Gegenmaßnahmen stehen denn den Hostern zur Verfügung? Ich habe da keine tieferen Einsichten, aber ich würde mir einfach mal denken, so wie ich es machen würde, das wäre relativ einfach und relativ effektiv. Ich würde mir ein Premium-TO-Konto holen, wenn ich der Hoster wäre, dann würde ich einen Link erstellen, den nur ich kenne und würde den zum Download in Premium-TO reingeben. Nun warte ich einfach darauf, welcher Account jetzt diese Datei bei mir im Backend anfragt. Habe ich diesen Account identifiziert, kann ich mit hoher Sicherheit sagen, dass dies ein Premium-TO-Konto ist. Also ein Konto, das sich der Multihoster gekauft hat, um es dann mit vielen anderen Kunden zu teilen. Dieses Konto kann ich also direkt wieder sperren. Das kann ich im Prinzip automatisieren und das kann ich auch beliebig oft wiederholen natürlich. Das wiederum verursacht relativ hohe Kosten beim Multihoster, da entweder er sich jetzt auch wieder Gegenmaßnahmen gegen sowas überlegen muss oder halt ständig neue Accounts kaufen muss. Beziehungsweise er muss sich dann Accounts mit kurzer Laufzeit kaufen, um den Verlust gering zu halten. Das macht das Ganze aber auch wieder teuer. Was könnte also eine Lösung sein? Und eine Lösung, die es so gibt, ist der Storage-Download von Premium-TO. Hier wird jetzt also nicht direkt der Link heruntergeladen bei dem Hoster, sondern es werden erstmal alle Links von allen Nutzern gesammelt. Dann werden diese Links auf einen Storage, also auf einen Zwischenspeicher geladen und erst dann können sie vom Nutzer heruntergeladen werden. Das hat den kleinen Nachteil, dass der Download halt nicht direkt passieren kann, sondern erstmal zwischengespeichert werden muss und das kann dann durchaus mal einen Tag dauern, bis die Downloads dann zur Verfügung stehen. Für den Multihoster hat das wiederum den Vorteil, dass er einfach warten kann, bis genug Links zusammengekommen sind und dann den Account erst freischaltet, sodass innerhalb kürzester Zeit einfach viele Nutzer bedient werden können. Und in dieser Zeit hat der ursprüngliche Hoster, der ja jetzt darauf angewiesen ist zu erkennen, welcher Account da was runterlädt, hat kaum eine Reaktionsmöglichkeit, weil die Zeitspanne halt relativ gering ist. Natürlich kann es auch dagegen wiederum Gegenmaßnahmen geben, es erschwert das Ganze natürlich nur ein bisschen oder verlagert das Problem. Jetzt würde ich aber sagen, haben wir genug Theorie gemacht, schauen wir uns doch mal an, wie wir uns das Feature zunutze machen können. Dazu habe ich jetzt hier ein paar Links vorbereitet und habe mich mal im Hintergrund auf meinem Premium-TO-Konto eingeloggt. Ja, wie mache ich das? Naja, einfach auf Premium-TO gehen. Ich muss natürlich hier Premium-Traffic haben und klicke dann hier auf Storage und kann dann einen der Links hier unten benutzen. Offensichtlich nimmt man den mit HTTPS. So, hier gibt es jetzt so einen Hilfetext, der sagt mir nochmal, was genau zu tun ist und der sagt mir auch nochmal, was der Download kostet. In der Regel ist das 50-50, das heißt, das Hinzufügen der Links kostet 50% der Dateigröße und das Runderladen nochmal 50%, so dass ich dann beim Herunterladen die 100% erreicht habe. Das heißt, in der Regel ist es so, Link hinzufügen, Link runterladen, kostet halt so viel wie die Datei groß ist. Es gibt allerdings auch ein paar Hoster, da ist das anders, da kostet es ein bisschen mehr. Das ist zum Beispiel Keep-to-Share, Turbo-Bit und Ubiqui-File. Da kostet es dann 100% und dann nochmal 50%, die sind also ein bisschen teurer. Wie kann ich jetzt hier Sachen hinzufügen? Ich kann jetzt hier direkt mit URLs hantieren oder ich kann auch Container hinzufügen. Ich hantiere jetzt mal direkt mit einer Link-Liste und davon kopiere ich jetzt mal aber nur die erste, klicke das hier rein und sage URLs hinzufügen. So, und jetzt kommt die URL hoffentlich da unten in die Liste. Genau, und in dem Fall hat er das direkt runtergeladen. Also hier musste ich jetzt quasi gar nicht warten. Es sind auch nur 30 MB, steht sofort zur Verfügung. Kann aber natürlich auch sein, dass hier eine Wartezeit anfällt, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Nun könnte ich im Browser das Ganze jedes Mal hier manuell herunterladen, indem ich einfach hier klicke Download bis File. Für solche Sachen haben wir ja aber eigentlich den J-Downloader. Der soll ja uns das Ganze automatisieren. So, ich lösche das hier nochmal raus. Und jetzt nehme ich mal diese komplette Link-Liste und füge die in den J-Downloader ein. Und da will ich euch mal zeigen, wie der dann damit umgeht, dass das in den Storage geladen wird. Hier sehe ich jetzt also meine fünf Dateien, die ich eingefügt habe. Klicke das hier einmal weg und sage dann hier Start all Downloads. Was der dann macht ist, das steht ja hier, er fügt diese URL eben dem Premium-TO-Storage hinzu und wartet jetzt ab, ob der Download dann gestartet werden kann. Hier oben die erste Datei hatte ich ja schon manuell hinzugefügt. Die konnte er natürlich offensichtlich gleich herunterladen. Ich gehe mal hier rein und sehe jetzt hier unten, dass auch diese Links über den J-Downloader in mein Konto hinzugefügt wurden. Natürlich muss das Premium-TO-Konto auch dem J-Downloader hinzugefügt worden sein. Das kann ich hier tun unter Settings und Account Manager. Dann muss hier Premium-TO eingefügt sein. So, der sucht jetzt hier noch die Links und wir können hier also auch live beobachten, ob die schon runtergeladen wurden. Ja, und das ist aktuell nicht der Fall. Das Problem ist jetzt aber, wir haben noch 14 Sekunden. Ich versuche mal, ob ich es kurz zeigen kann. Ich nehme mal diese Usage-Schule hier raus. Genau, habe ich jetzt geschafft. Jetzt passiert folgendes. Jetzt versucht er in den Free-Modus zu springen. Das zeigt er mir jetzt hier auch an. Ja, die aktuelle IP ist geblockt. Da habe ich wohl schon mal was runtergeladen. Und ich sage hier, nein, danke. Wir müssen jetzt also verhindern, dass wenn er diese Datei nicht gleich findet, was beim Storage wahrscheinlich jedes Mal passiert, dass der in den Free-Modus geht. Das kann ich tun, indem ich nochmal auf die Einstellungen gehe, klicke links auf den Account Manager und statt hier in der Übersicht herumzufummeln, gehe ich hier auf diese Verwendungsregeln. Ich lösche die mal raus, die ich hier habe, dass ich es nochmal von vorne zeigen kann. Prinzip ist aber ganz einfach. Ich klicke hier auf hinzufügen und mein aktueller Hoster ist Uptobox. Wähle ich hier aus, gehe auf Continue und deaktiviere einfach den Free-Modus. Und das heißt, er wird immer versuchen, bei Premium.to herunterzuladen. Das Ganze speichere ich jetzt nochmal und gehe zurück in die Downloads. Hier sehe ich, dass er jetzt wieder umgeschaltet hat durch diese Änderung und direkt versucht, über den Storage das Ganze runterzuladen. Hier sehe ich auch, dass der zweite schon fertiggestellt ist und die anderen warten jetzt noch. Ich schaue nochmal im Browser, wie es da aussieht. Und tatsächlich, der zweite wurde fertiggestellt, die anderen warten noch. Das Ganze muss ich jetzt im Prinzip für alle Hoster machen, die im Storage geladen werden können. Und da hatte ich ja die Liste jetzt hier. Das ist dann zum Beispiel RapidGator, Keep2Share, ICerbox und so weiter. ICerbox können wir mal direkt noch machen. Gebe ich hier ein, ICerbox, Continue und einfach den Haken bei Free raus und Premium.to lassen wir drin. Tja, und so einfach lassen sich hier diese Account-Verwendungsregeln definieren. Mittlerweile hat er jetzt schon das dritte heruntergeladen. Ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt hier einfach erzwingen könnte. Nicht so wirklich. Also er bleibt dabei. Er wartet jetzt hier noch ab. Ich klicke nochmal auf Resume. Finde ich immer ein bisschen verwirrend hier. Ah ja, jetzt hat es funktioniert. Okay, also Stop und Play macht es dann automatisch. Und jetzt würde er noch auf die anderen zwei warten. Und die sind auch noch in der Mache. Beziehungsweise hier das vierte ist auch gerade fertig geworden. Also ich erzwinge mal den Download. Also man sieht, der Chat-Unloader kann damit umgehen. Der wartet einfach, bis die runtergeladen sind. Und wenn der Chat-Unloader im Hintergrund läuft und diese Wartezeit hier abgelaufen ist, probiere das halt alle paar Minuten neu, ob die Datei mittlerweile schon da ist. Und am Ende habe ich doch einen ganz guten Komfort, würde ich sagen. Und habe, wie sonst auch, die Dateien heruntergeladen und entpackt. So, jetzt habe ich das Ganze nochmal fertig laufen lassen. Jetzt ist das Ganze auch entpackt. Gehe ich mal in die Download-Directory und sehe hier, dass die Datei nebendran liegt. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr über den Chat-Unloader wissen wollt, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Fragen ihr dazu habt und zu welchen Themen es sich lohnen würde, noch ein Video zu machen.